Musik Bei dem Einsteigerprogramm Jugendhackt Hello World geht es darum, Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren die Möglichkeit zu geben, einerseits Technik zu erfahren und auszuprobieren, aber auch zu verstehen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel Technik als Kunst auch aufzufassen. Darauf werden viele Kinder nicht gebracht mit den Medien, die sie vorgesetzt bekommen. Und das wollen wir anregen, dass wir einfach ein bisschen kreativ in den Mitteln umgehen. Ich glaube einfach, wir müssen dranbleiben bei der Kinder- und Jugendarbeit mit interessanten Themen. Also wir müssen immer mit der Zeit gehen. Das finde ich einfach wichtig. Musik Und mit diesen Anweisungen sollt ihr dem Roboter jetzt gleich erklären, wie er eine geschlossene Form malen. Der Grundgedanke ist, Jugendliche auf ungewöhnliche Art und Weise ein bisschen an die Informatik heranzubringen, sie in Gruppen zusammen etwas ausprobieren zu lassen, sie lernen zu lassen und sie einfach ein Projekt, an dem die Spaß haben, umsetzen zu lassen. Also mir hat das bis jetzt ziemlich gut gefallen und ich hoffe, dass das auch im weiteren Verlauf ziemlich cool wird. Musik Es gibt Workshops, wo man einfach dazukommen kann. Es gibt aber auch Wochenendveranstaltungen, die dann mit Übernachtung stattfinden, wo man dann auch längere Zeit mit anderen Kindern und Jugendlichen in Berührung kommt und dann gemeinsam an verschiedenen Projekten arbeitet. Musik Also wir sind zufrieden. Musik 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 Musik